Wir spielen das jetzt ganz in Ruhe, abwechselnd, bis in den Sonnenaufgang. Also ich finde, erstens ein Ein-Aller-Wahn und zweitens Rocket League finde ich eine viel bessere Idee. Ja, natürlich. Ich weiß, wie wir das machen. Ich habe schon die Lösung. Wir spielen eine Runde Regenbogen, eine Runde Rocket League. Boah, das ist aber eine fiese Mischung. Vor allem musst du ja die ganze Zeit starten, hin und her, das nervt ja total. Du kannst du eben bei anderen. Damit es 15 Minuten knapp bei beiden sind, spielen wir halt drei Runden bei Rocket League. Und Fabi, Achtung, man muss sich auch bei jedem Spiel erstmal ein bisschen warm spielen. Ja, genau. Was meinst du, wie geil das ist mit dem Wechsel? Dann trainierst du dir das an, dass du schnell reinkommst. Ja, natürlich. Davon hat man ja was. Oder wir lassen das einfach. Setz uns wie Scheiße gemacht. Ich setz mich jetzt einfach hin und lasse Mathe in den Rest machen. Ja. Das ist wirklich auch gut. Natürlich einen sehr guten Griff. Bussmann hatte gerade gesagt, der macht alles alleine. Also können wir eigentlich alle 8k gehen. Ja, hab nie gesagt. Stimmt, der kitt doch alle. Also unten sind sie nicht. Das passt mir eigentlich. Da ist die Stopp. Ja, wir sind deine, die sind. Abruf. Loco, dein, das ist egal. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Da. Das Ding hinter die Kiste. 5 Sekunden bevor insertion. Tanko located. Proceed to the biohazard container and secure it. Unmuted. Aber so schön wenn ein Rabe vor der fromm bw komm 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 bwgewoll tänk kommt Dann ist das Kamera continuer. Wunder, eigentlich und doch schön. Was wär? Der Schild ist da hinten, der Schild ist rot aus Ja Werden den mal hier so ein bisschen ärgern Kannst da unten mal mit der Drohne reinfallen Wie geht denn das mit 6? Nehm ich G Spotted Ja der ist hier direkt da Da sind zwei und zwar Da sitzen Ruki Leute Hinter dieser verstärkten Wand sitzen genau 3 Stücke Einer ist in den Kameras Ja Dann schieß mal hier vielleicht die Tür mit rein Ja hab ich meine Drohne schon kaputt gemacht Damit ich Tümer von hier aus nerven kann Gerenau geradeaus muss theoretisch einer sein Ja dann mach mal auf dann schieß ich direkt Angehittet nur Äh Aber wer ist denn der? Hab denn einen da Kannst du der macht? Aber links theoretisch müsste hinten immer noch einer sein Das ist ne ganz normale Dann deck mal hier vorne Ja Steht bloß bitte nicht aus Da kommt ein Ruki Für der Schroter hinter mir Hinten mir Ich hab einen gehetet Ich hab nicht mehr viel Habst du den? Ja der ist schade Der geht eigentlich genau ran durch so wo der jetzt steht Aber ich denk die Tür gerade scheiße Komm da nicht weiter ne? Soll ich den Ruki wirklich jagen gehen? Nein Er hat hier oben ein Fenster gerade aufgekloppt Ja der ist hier drin Er ist hier drin Der ist hier drin Der ist hier drin Der kommt doch da durch Der kommt doch da durch Und er sprengt Und er sprengt Ja ich Ich bin der Cheater Oder Ja Der hat's verdient gehabt Weil ich den jetzt ungefähr 500 Jahre lang beschossen habe Und irgendein anderer erledigt den jetzt Ja Aber es war okay Ich hab ihn beschäftigt Das finde ich gut Also wir haben die da aber gut aufgehalten Ja Curious Der auf der Seite Der auf der anderen Seite durch Mit einigen Verlusten Muffler Muffler Vernachlässigbare Verlusten Ja ich sag ja einigen Verlust Ja ich sag ja einigen Verlust Ja du hast ja nur Muffler Ja du hast ja nur Muffler Ja du hast ja nur Muffler Ja ich rede von unserer Seite Ja aber nur Muffler 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 We need to protect the biohazard container Muffler 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 Tän islands Muffler Großen Muffler 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 Ich weiß nicht einmal wie ichисел hochkommen Muffler Hier drüben ist der Leiter, aber warum wollen wir ihn? Die Maffe habe ich nie gespielt, kann das sagen? Doch, hast du. Aber hier waren wir, glaube ich, irgendwie. Wo? Wo waren wir? Ah da. Okay, warte mal, lucky lucky machen, lucky my set. Harking ist weg. Hört mal richtig schön, wie sie rumtrampeln. Doch, ist bloß Montanien. Schockdrohnen in meinen Draht. Da kommt jemand, in der Tür. Okay. Es müsste jetzt ziemlich hinter der Tür stehen. Zwei Stück. Kann nicht durchschießen. Kann nicht durchschießen. Ja. Ja, das ist gut. Haben die Runden aufgesprengt, oder wo? Direkt bei mir, direkt bei mir. Ich sehe sie noch nicht. Ich sehe sie. Ja, ich weiß. Montanien kommt. Ich muss irgendwie neben dir die Blechwand machen. So als nächstes. Okay. Hallo, Montanien ist da. Ja, ja, ich sehe schon. Angeschossen. Den hinter Montanien habe ich. Ja, Montanien steht immer noch in der Tür. Ja, genau. Versuchen das irgendwie so ein bisschen rumzulocken. Hat sich verpisst. Da hinter. Nein, nein. Stehen zu zweit hier dahinter. Nein. Alter, ich habe mich doch gerade noch bewegt. Drinne, Rabe. Nein. Nie getroffen. Ich bin genau hier vor mir in der Ecke. Ich bin immer noch zwei Leute hier. Komm wieder einer. Wieder zwei. Stehen zu zweit hier in der Tür. Direkt hinter den Tür. Keine C4? Ja. Okay. Vгли vulnerability Oben kommt der noch. Alter! Alter! Das tut ihn doch! Oh Gott! Der Leuchert ist oben. Oben kommt jetzt einer runter. Der letzte. Nein, meine Funken Waffe ging nicht. Der ist oben. Der ist oben, der ist oben. Da oben, ja. Ja, oder halt an der Treppe. Ich zieh auf die Treppe. Ich würde auf die Leiter zählen. Was denn nun? Auf die Leiter. Auf die Leiter halt. Sag ich doch Treppe, Leiter, alles ist selber. Guckt einer nach oben ins Loch? Ja, tue ich schon. Ja, dann tue ich schon. Auch aus dem Winkel dürft ihr dich eigentlich gar nicht sehen können. Die Maus. Ja. Die Maus. Die Maus. Am schlimmsten Fall nicht, dass ich auf Schießen drücke. Und ich diesen Wiederbeleber nicht abfeuern kann. Die Maus. Die Maus. Die Maus. Die Maus. Die Maus. Die Maus. kanadier kann unten sind sie so eine geile serie ich liebe sie ich habe sie wieder weil ich irgendwann mal ein paar folgen hatte ich habe sie noch mal ein paar folgen WTF sind die? und jetzt sehe ich sie auf Amazon 10 second before insertion wir sind alle stammeln 5 second before insertion und mans und kann man wieder als Schildcheater schütteln er könnte da zwar die Kameraden weg machen da wollte ich grad drauf schießen wirst du langsam das lernste noch mavi das ist immer viel zu ultra stelle für die Kameraden ich weiß halt nicht auswendig ja ich weiß Warum nicht? Kannst ja wieder aufschießen Ja, gleich, warte ich gucke Oh, ich habe es genau ins Loch reingeschmissen Super Ich sehe gar nichts, dass wir nicht stören Also schieß jetzt auf, gell? Ja, Mufflon bleibt weg, ich bin mit Schilder Vorher Hachaka Einer links im Eck Ich habe den Tachanka Ich habe den Tachanka Ab dem Tachanka Ab dem Tachanka Da wurde er ab und die letzten Jetzt konnte ich ihn schießen weil Adabon nach Fock laufen Scheiße Er lag genau da, genau da wo du jetzt siehst Er ist direkt beim Container Oh, so viel Wow Er ist weg gelaufen Zwei HP habe ich noch Hier ist aber ein Late Ich habe ihn gerade gesehen Nee, was ich machen soll Ich habe ihn gerade gesehen Wir sterben Das ist eine Variante Ich brauche ihre Arbeit zu unterstützen Er muss mich nur noch ganz leicht anficken Dann hat er mich Hast du den gerade gekillt? Guck's euch an! Ich habe ihn gesehen Da Ah 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 Oh gut, das ist Englisch You shoot both on me And I shoot before But Bullet did nothing Das war für mich Ja, das ist für Den Rabi Vier Mann gekillt Weil ich eine Treppe runter gehen Einfach mal so einen Kopfschuss gegeben habe Zurecht Ja Nee, weil du halt ein Cheater bist Das ist Halt die Fresse Cheater, Andi Wand Da weint er gleich wieder Er weiß es da erstmal Vielleicht sollte man das Lied umbenennen Rabe, Andi Wand F***t euch doch Frennt die Rabe We need to protect the biohazard container Take the trauma please Ich hoffe er auch mit dem Boden geholt ist Ah Gott Ich möchte ihn probieren Allermann ist vieler dummer als ich Warum? Du kennst nie alle Kills Die Allermann ist allermann Was du machst Nö, kenn ich wahrscheinlich nicht So viel dummer als meine Meine Kills Wo braucht der noch Wände? Ja 10 Seconds Start 2 2 2 2 3 4 5 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 7 5 6 Oh mein Gott, der hat eine Dachdruck. Okay. Oh mein Gott. Ja. Glatz hat mich angeschossen. Von wo? Ich den aber auch. Mit der Tür. Mufflon weiß Bescheid. Mufflon weiß Bescheid, ne? Ja. Mhm. Heißt ohne, ey. Boah. Schock ohne, ey. Kann nicht wahr sein. Hab. Bless. Ich bin. Ja, das kram Leaf! L bouge. Der Rookie hat den Muffler. Ja, dann muss man noch Hilfe. Ja, ich muss noch Hilfe. Hat mich. Der Rookie auch, Alter. Erscher, den Muffler. Nein, nein, nein. Helft dem Muffler. Los, los, los. Los, los, los. Los, los, los. Los, los, los. Achtung, Twitch und Montagne. Alter. Next hit. Twitch finden wir mal. Alter, der versucht war gut. Ja. Ja. Ich bin leider gestorben. Vor allem was der labert man. Ich hab dem Domain Gun einen Kopfschuss gegeben. In dem Glas. Da kann ich ja nichts dafür, dass vom Smoke die Waffe so scheiße aussieht. Wie in a second. Die Furze. Ich versuch's mal. Das ist gut, Mufflon. Mein Mufflon ist die Schwierigkeit. Er muss erstmal lebendig. Bis zu dem Raum hinkommen. Am besten wir bauen Mufflon mit dem Eislauch. Die Schildmänner müssen wir auch nicht beschützen. Ja, vorne ein Schild, hinten ein Schild. Genau. An den Weisen kann ich selber auch noch ein Schild. Warum liegt das C4? Selber. Rechtertipp. Nein. Ne, ich selber auch, Entschuldigung. Wurde Stock. Ja, glaub ich. Wie liegt C4 rum? Oben. Ne, unten? Da läuft er noch um nicht. Ah, oben sind die Kappkappen oben. Oben liegen nur die Störer. Da steht nur ein Schild. Da steht nur ein Schild. 5 Sekunden. Also wenn wir überall noch in einem Raum fahren, dann müssen wir das zu tun. Biohazard Container, Location unknown. Find the Biohazard Container. Okay, mal rein. Schau. Mikrofon muted. Du siehst mir der Arsch weg, ey. Komm ich denn nicht hoch? Gehen wir halt oben lang. Die Kamera ist nach außen, ne? Das ist kaputt, du bist so. Tachankai ist tot. Tachankai ist tot. Das ist rot von Tachankai. Kommt man da nicht drüben rein? Die Pflanze ist da auf. Na hier. Bei dir Raser, oder? Ist das dasselbe Raum, oder ist das ein extra Raum? Dasselbe Raum. Da liegen wir da lang. Blitz ist, äh, links, Alaban. Äh, Jäger. Ne, der ist gerade, aber wir haben Raser, glaube ich. Komm schon mal. In der Brau. Bucht bestürt. Bucht und machen auf der anderen Seite. In der Landschaft. Ne, da bin ich auf der anderen Seite, da ist nichts mehr. Hier unten, in das Bett. In den Raum. Ja. Get clear. Cluster charge live. Blowing cluster charge. Ich hab hier das eine Fenster, hab ich aufgemacht. Gut. Allerwann, geh mal kurz weg. In der Raser reinwerfen. Das ist so blöd, wenn du Kopfüber das machst. Jo, da war irgendwas. Wow. Team ist verteidigend. Was gibt hier? Ah, gleich mit dem Fetten liegt da. Ist gerade raus. Ist gerade raus, ich weiß. Nice. Ich hätte jetzt auch Erd. Hier piept C4. Kannst du noch eine Granate hier reinwerfen, Neuko? Direkt auf das Objective. Das klebt rechts an der Wand. Neuko Handy weg. Wuffloch, schieß mal links durchs Bett. Durch die Matrasse. Na, ich sehe links draußen beim Ausgang. Curious. Links vor dir ist einer. Links durch den Gang durch. Ja, sehr gut. Das war gut gerade. Treppenaufgang. Also Muffler und Boden. Sehr schön. Auf 4 Elimination. Friendly Mission successful. Oh, du hast ja vorher noch einen wichtigen Kill gemacht. Das war alles gut. Was ist denn dumm? Da auch wieder. Premade vs Pickup. Premade. Hard to win. Wow. Premade. Win. Ach, Blitz geht's. Hey. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Na dann die Sahne. Wie geht's dir? Ja, ich komme gerade von... ... ... ...